Das ist ein Perfekt-Match, was wollen wir mehr? Ja, super. Das ist krass. Da muss man erst mal mit umgehen jetzt. Also schon ein Schocker. Ich hab's echt gedacht. Jetzt müssen wir uns überdenken. Das ist krass. Das ist krass. Wo ist denn bei dir da Haken? Hä? Wo ist denn bei dir da Haken? Bei Instagram. Ja, wow. Jetzt müssen wir uns umorientieren, müssen natürlich die anderen noch mal mehr unters Visier nehmen und ja, mal gucken, wie das Ganze so läuft. Da kommt unser High Society Paar. Ihr Loser! Gibt einem natürlich schon ein bisschen zu denken, was da nicht passt zwischen uns. Ganz klar, ne? Welcome home! Ich schau mich schon sehr. Man hat jetzt irgendwie meine Herangehensweise auf einen Partner in einem Leben vielleicht kennenzulernen irgendwie ändert. So, vielleicht muss ich die Sache jetzt anders angehen. Oh, Mann. Kopf hoch. Kopf hoch, ne? So crazy. Kacke gelaufen. Wir waren uns alle so, so sicher. Bis zum nächsten Mal. Wenn